Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von VARO TUR 3. Yo, ich geh auf hier. Oh, es brennt alles. Sechst mit Alex. Servus. Alter, ich brenne. Yo. Aber auch immer, danke. Wo hab ich kommen? Zuckerrohr hab ich hier drin erstmal angebaut, ne? Mhm. Ich will, glaub ich, mal reigen, wie ein paar Stück. Ich hab auch keine Erde mehr. So, wir haben jetzt noch... Wir können noch zwei Bücher machen. Hey, das gibt's nicht. By the way. Stellst du mal bitte noch wieder auf? Ja, warte. Ich hab schon sechs Gaps. Echt? Ich hab noch gar keinen. Danke. Ich dachte, hier ist Gold. Danke. Professionell am Bounder. Ja. Ja. Muss man da jetzt nicht mehr konzentrieren da beim ganzen Craften. Ja, ne? Voll anstrengend. Da, du kriegst fünf Gaps. Das ist genau die Hälfte. Wir haben noch einen Opfer, haben wir noch. Okay. Ich bin arm. Jetzt gehen wir wieder Verzaubern. Ich hab so schlechte Verzaubern grad die ganze Zeit. Echt? Ja, Fire Protection. Geil. Hast du? Nee. Schau. 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 Ich bin noch mal Fullbrot 1. Okay. Oh. Oh, das ist ein Bane of Atriboss. Nice. Hm? Bane von Atriboss. Ich bin auch komplett Brot 1. Brauchst du Bayernschwerte? Schau. Oh, je. 3 Level für Schau. 1, sollts nicht auch aus. per textures child spider. Schau. 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 na steve kannst du mir schab ans schwert noch machen ich habe keine level mehr dann nehmen wir es aus dem ofen aus wenn was drinnen wäre doch ein bisschen was zwei level habe ich gehabt ja ich hab zwar anschaut zwar kostet und ich brauche noch zwei levels tief ich habe selber kein blueheld ja was boah jetzt lagts wieder nice oh das war das falsche schwert scheiße das wert wollte ich gar nicht losen hier ist aber so viel redstone junge das können wir alles können wir das alles mitnehmen ja stimmt da hinten aber ich glaube wenn es kommt ich habe schon mal aussortiert ok wenn du halt nichts drauf kriegst warum verzaubest du dann nicht auf bürgen naja bögen habe ich vergessen ich habe es schon gemacht ich habe auch zwei spitzhacken verzauert in los level wasting ja stimmt und sind auch für acht mal jetzt sind sie wieder weg die lex ja das ist echt nervig leider kann ich so viel weißt du wo unsere base war noch ja es ist ein bumpkin samen bringen wir was höchstens für einen snowman dass wir schnee bälle machen können zehn minuten nur noch heute ist dann schon wieder fünf minuten wir haben halt alles ich weiß ja nicht was wir jetzt noch fahren wenn die unten die farm level 5 war es doch nicht eigentlich könnten wir hoch gehen und könnten ins netter eiern im level zu fahren ja stimmt wir brauchen ja nichts mehr wir sind ja froh die ja aber mit den lex geh ich nicht in die nieder ich glaube ich dir aufsort jo nehmen wir noch ein bisschen iron mit und so können wir auch nicht mehr schaub2 schaub2 schaub3 lecker du machst schon schaub4 oder was na ne da wenn du melonen anbaust das dauert halt ewig weißt du Ja, müsst ihr vielleicht knochen, aber haben wir erst angehört. Ich würde sagen, gehen wir irgendwo zum Spawn. Ich bin unter dir, Alex. Hm? Ich bin unter dir. Nice. So in der Nähe ist labern, ne? Okay, dann hör mal wieder auf, hier rum zu puddeln. Alter, steht auch noch vor mir. Du bist zurück zur Base. Alex, wo ist die Base? Da. Wo? Da links. Zumal, alles mitnehmen und weggehen, oder was? Nö, nö, wir bleiben jetzt erst mal auf ne Folge. Echt? Wieso brauchst du ein Amboss ab, Alex? Ja, hab ja auch ein paar brauchst'n. Okay, cool, gell? Ich könnte doch mal ein Power-2-Bogen machen. Brauchst du Bögen für mich? Was? Ob ich Bögen für dich mach? Ich glaub noch was raus. Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Wieso? Na, hast du da noch einmal eine Pfeile? Ich hab jetzt 31 Pfeile. Nice. Ich hab jetzt 31 Pfeile. Und alles, was du halt findest, mit oder so. Warum denn? Eben Dias. Nee. Doch. Wie viele? Wie viele? Oh, 4, 5, 6. Ob der sich hier einfach straight lang baut und Dias findet? Ja, doch. Wenn's ein Leggen wird, würde ich noch viel mehr finden. Wie viel hast du denn? 6. Warte mal. Dann mach ich mir nämlich, dann kann ich dir nämlich mein Sharp 3 Iron geben. Kannst du dir Sharp 4 Iron machen und ich mach mein Sharp 3 hier. Ja. Ja, warum nicht? Brauchen wir aber trotzdem noch ein paar Dears. Hm, bin auf der Suche. Ja, das irgendwie so. Herr Bogi. Aber. Hey. Oh, fuck. Herr Bogi ist bei dir. Ja. Ja, und die schaffen fast nicht. Respekt damit. Ja, das wird interessant. Res, respect the man. Hm. Weißt du noch, wo wir lang müssen dann, um zurückzukommen? Ja, gerade aus dem Zug. Der Apis? Ich trage doch zum Fläch. Mhm. Die bei mir. Ey, ooo. Oh die fuck. Ich hab Dias. Nice. Das habe wir mal keine Dias, oder? Das hat, hat nur schon geschimmert. es hat nur so geschehen man ja sorry alter ja macht mir nix toll jede menge wo ich bin hier ist halt ne cave ne und wieder ne cave ne hast du dein starb 3 schwert schon benutzt ja dann wirds teuer für dich scheiße stimmt der meins habe ich schon vorhin schon benutzt wo ich ausgesehen und wieder mit und minuten schon wieder ist echt traurig oder wie schnell die zeit vergeht roh ich kenne ich von centrix echt ja ja hast du mal erzählt bei mir ist nur die spitze gehen wenn etwas schlimmes passiert machen hat er ist die posante die ist versteckt ich weiß nicht suchst du selber sind halt schon wieder am arsch der welt ne ja schliermann und schliermann wo seid ihr ich will ein riesiger lavasee aber geile dir hast nur gold ich find kein gold ich? nö nur gold ich find nur dios wenn ich was find mann brauchst du noch mal ne vierer quelle oder so dios für 10 dios dann reicht mir vollkommen aus ja was bin nur dabei steve ich streng mir an die sag mir einfach wie viele blöcke nach vorne nach links auszubauen soll und dann komm und dios weiss ich nicht das weiss ich selber nicht ja sag einfach irgendwas was soll ich denn sagen was ist denn da fünf löckchen nach links abo oh ne jas echt ja geil vier stück moin wir haben 10 stück nochmal über der ist auch gleich gold nebenan hey weißt du was das coolste ist der counter und der rechts legt nicht der nicht? nö der legt nicht komm mal zurück ne ja haben wir genug dios 10 stück gib 6 naja ich 4 nice weiß aber nicht mehr wo es zurück geht oh ich hab dir es ne doch da kann ich mir ein sharp 4 dios machen naja ich schaff es noch nicht abbauen warum ne was legt ja bleib dort stehen ich komm ne wir bauen schon ab der wird 10 nice oh das waren ziemlich viele dios steve 6 stück glaube ich ne wie viel 6 6 was ist unsere base bei mir geradeaus warst du wo ich bin das sind bei dir den enderman den hole ich mir jetzt auch 12 t ist nice warte mal das sieht man ja welche Richtung man blickt oder seh dich halt nicht das ist mein problem ich glaub du musst Richtung Süden gehen hola alter seh dich war ein creeper hinter mir komm mal jetzt seh ich dich nicht mehr wo bist du denn Richtung Süden hey jetzt liegst du kurze Zeit jetzt nicht mehr nach ja du bist genau vor mir hey sind die hier gut halt die fresse wenn jetzt schon wieder hey sind die ganz langsam nicht mehr hören vorsichtig ist lava irgendwo ne ja bei mir was sind die die gut hilf mir mal da wobei denn ich sieg da keine blöcke wollte bauen ja in einer minute haben wir noch irgendwas im oben lassen ich weiß nicht wo ist denn unsere base die Richtung normalerweise wo welche Richtung der wo ich hin war aus Süden dein ernst ja wir unsere base nicht wieder finden doch da na da 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 warte ja da ist der boge das ist immer gut rex ja das ist manchmal mit dir echt ein krampf warum mit mir ich finde die ganzen ich habe unsere base gefunden ok wo 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 azucora ist gewachsen schnell 20 sekunden steve wo bist du 10 sekunden azucora jetzt hab ich nice danke fürs zuschauen wenn euch die folge gefahren hat gebt einen daumen nach oben vergesst nicht zu abonnieren falls ihr nichts verpassen wollt und bis zum nächsten mal tschau tschau bis zum nächsten mal Bye-bye